Guten Morgen, wir sind jetzt am Frühkaufen angekommen und gehen uns erst mal zum Check-It. Guten Morgen ihr beiden. Wie ist es denn so fürs Trainingslager zu packen? Sehr aufwendig natürlich. Wir vergleichen das immer, wir müssen für 50 Leute packen und jetzt geht um meinen Urlaub und wir müssen dann einen Koffer packen und wir müssen für 50 packen. So Leute, wir sind jetzt angekommen und gelandet. Wir haben all unser Gepäck. Es ist auch richtig schön warm hier, gerade 18 Grad. Ihr seht auch schon die Palme hinter mir. Jetzt warten wir noch auf unsere Autos und dann geht's ab zum Hotel. Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Wir haben jetzt eine kurze Verschnaufspause und danach geht's wieder zurück zum Spielerhotel. Die Jungs haben heute nämlich noch eine Trainingseinheit und da begleiten wir natürlich auch mit dem Social Team. So Leute, wir sind zurück vom Training, haben auch schon was gegessen und das war Trainingslager Tag 1. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe super viele Eindrücke sammeln können. Das war aber auch richtig anstrengend. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen Schlaf nachholen und wir sehen uns morgen. Gute Nacht! Wir sind gerade vom Frühstück gekommen und jetzt geht's ab zum Spielerhotel. Denn da steht jetzt nämlich Training an. Also hier trainieren die Jungs. Und dann läuft man von da hier runter. Und dann ist man auf dem Trainingsplatz. Wir sind zwischen den beiden Trainingseinheiten übrigens immer hier im Spielerhotel. Hier haben wir so einen eigenen Arbeitsraum, wo wir unsere Sachen dann erledigen und das zeige ich euch jetzt mal schnell. So, 20 vor 4. Wir laufen jetzt zum Training. Um 4 fängt es an. Lino, hast du Bock? Auf jeden Fall. Let's go! Hör auf zu kitzeln. Ja, nee, 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 nee. Immer locker stehen hier, ne? Ja, siehste? Ja. Ja, guck mal. Sieht doch gut aus. Ich habe auch mal gespielt. Training vorbei. Wir sind jetzt zurück im Spielerhotel, wie man es schwer erkennen kann. Bisschen nass geworden. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder im Hotel bei uns, haben gerade gegessen. Und ich gehe jetzt zu der Anne, weil wir müssen noch was für einen Dreh morgen vorbereiten. Und dann nehme ich mich jetzt auch mit. Hallöchen. Hallo. Wir drehen übrigens morgen für YouTube das Zimmerduell mit wem nochmal? Jussi und Lino. Jussi und Lino. Jussi und Lino. Also Fragen haben wir uns schon überlegt und runtergeschrieben. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Grafiken. Wir beide gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Und wir sehen uns morgen. Tschüssi. Auf zum Frühstück. So, ich bin vollgepackt. Hab mein Laptop, meine Tasche, alles dabei. Und jetzt geht's zum Spielerhotel. Also Leute, Training läuft. Gerade ist das Abschlussspiel. Hier könnt ihr einmal sehen, hier vorne am Tisch sitzen sitzen die ganzen Journalisten. Und dahinter auf den Tribünen sind die Fans. Auf jeden Fall sehr gut besucht hier jeden Tag. So, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Training ist vorbei. Wir haben jetzt ungefähr zwei Stunden bis zum nächsten Training. Genau, ich sitze jetzt hier auf dem Balkon bei mir. Mit einer sehr schönen Aussicht. Also es könnte schlimmer sein. Und genau, ich schneide jetzt schon einmal die Frage der Woche, die wir eben gedreht haben. Und hier übertrage ich die Videos von gestern. Also den Vlog, den ich gestern gemacht habe. Und das schicke ich dann an den Finn. Der ist nämlich der Praktikant für TV und der ist aber gerade in Gelsenkirchen. Der schneidet das dann. Und genau, dann kommt er abends wieder online. So, Training ist vorbei. Wir sind wieder zurück in unserem Arbeitsraum, bzw. ich bin gerade vor dem Arbeitsraum. Ja, auf jeden Fall wieder gut. Zum Glück ist noch die Sonne rausgekommen. Die ersten 15 Minuten standen wir nämlich unterm Sonnenschirm, als wir auf die Mannschaft gewartet haben. Es hat nämlich nur geregnet und genau als die Mannschaft dann auf den Platz gekommen ist, ist da auch die Sonne rausgekommen und der Himmel wurde blau. Genau, das war auf jeden Fall noch richtig, richtig gut. Das Wetter war auch dann echt schön und es war wieder warm. Ja, ansonsten haben wir jetzt gleich noch einen Dreh mit Jussi und Dino. Von dem Dreh habe ich euch gestern schon gezeigt, unsere Vorbereitung, das Zimmerduell. Genau, und da nehme ich euch dann auch mit. Dann schauen wir mal, was im Zimmer 137 so läuft. So, hier ist schon das ganze Set aufgebaut für den Dreh. Hallo Kai. Hallo. Hallo Carsten. Wollt ihr euch einmal vorstellen? Ja, ich bin Kai und ich bin hier für gleich die Fragen beim Zimmerduell zuständig. Super. Hallo, ich bin der Carsten. Ich bin der Fotografen im Trainingslager. Ich mache Fotos von der Aktion. Perfekt. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch Jussi und Lino. Die beiden. Jetzt haben wir jetzt noch Fotos gemacht. Fürs Nell. Und das Video seht ihr dann auf YouTube. Okay, also der Dreh ist jetzt durch. Hat richtig Spaß gemacht. Ist auch wirklich cool geworden. Ihr könnt euch also freuen. Es wird ein sehr lustiges Video. Und gerade ist auch der zweite Praktivlog online gegangen auf LinkedIn. Ich habe auch schon hier eben die Teaser in die WhatsApp-Kanäle gepostet. Und genau. Wir fahren jetzt auch wieder... Wir fahren jetzt auf jeden Fall auch wieder ins Hotel zurück. Und werden dann noch was essen. Und dann... Ja. Irgendwann... Dann spielen wir Uno. Ja. Dann spielen wir erstmal wieder Uno. Das wird, glaube ich, zu einer... Tradition. Tradition. Heißt das so? Tradition. Na, warte mal. Das wird zu einem Ritual. Ritual. Das Wort habe ich gesucht. Ähm... Ja. Ich ziehe dich diesmal ab. Ich habe dich letztes Mal nur gewinnen lassen. Ja. Damit du nicht die Lust daran verlierst, mit mir Uno zu spielen. Tag Nummer 3 ist rum. Es war wieder ein sehr cooler Tag. Aber auch ein sehr anstrengender Tag. Ich muss aber auf jeden Fall jetzt sehr dringend schlafen gehen. Denn morgen steht auch wieder einiges auf dem Plan. Und... Genau. Wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen. Tag Nummer 4 hat angefangen. Für mich geht es jetzt erstmal zum Frühstück. Ähm... Ich wollte euch ganz kurz etwas zeigen. Und zwar... Ein Regenbogen. Die Saute ist nämlich gerade rausgekommen. Richtig, richtig schön. Hoffen wir mal, es bleibt den Tag auch so. Und dann... Ähm... Ja. Melde ich mich später wieder bei euch. Also wir sind jetzt angekommen beim Training. Dahinten ist auch schon die Mannschaft am Trainieren. Hier... Sitzen wir. Genau. Und ich gehe jetzt auch gleich mal darüber. Und äh... Filme das Training mit dem Handy mit. So Leute. Kurzes Update von mir, wie das Ganze überhaupt passiert ist. Ähm... Und es war beim Training. Und die haben ein Spiel gemacht. Und ich stand hinterm Tor mit dem Handy, wie immer. Und wollte halt die Tore filmen. Und dann hat der Kozuki aufs Tor geschossen, aber... Hat halt nicht getroffen und ist nebenbei hergeschlogen. Ähm... Und dann genau auch mein Handy, was ich so in der Hand hatte. Ich glaube, dein Kopf hat gewonnen. Ich glaube so. Ich auch. Und dann ist das Handy eben mein Kopf geknallt dadurch. Ja. Also das Handy ist oben, der Bildschirm komplett kaputt und zersprungen. Ähm... Ja. Und mein Kopf ist jetzt auch ein bisschen kaputt. Also... Ich habe aber nur... Also ich habe jetzt eine Beule und so eine kleine Mini-Schnittwunde. Aber... Nichts will. Das ist mir jetzt auf jeden Fall gut. Ich habe nur ein bisschen Kopfschmerzen. Ähm... Genau. Ich würde wohl sagen, am... Falschen Ort. Zum falschen Zeitpunkt. Nein, das heißt andersherum. Zum falschen... Ne, warte, wie heißt das? Am... Falschen Ort? Ich weiß nicht. Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. So. Ja. Das sind wohl die Folgen vom Schuss. Also Leute, ich renne den ganzen Tag mit einem Eisbeuchel rum. Und jetzt haben Ann und ich eine gute Konzentration gemacht. Ich habe in der Socke frisch gewaschen Eisbeuchel drinne. Und auch hier so ein... So ein... So ein... Was ist das? Bauband? Ja. Zum Gesicht waschen. Genau. Und ähm... Also nicht zum Gesicht waschen. Haare wegmachen. Ja. Ja. Und jetzt spielen wir Skipper. Und jetzt spielen wir Skipper. Ich bin am Gewinn. Wir haben... Wir haben gerade angefangen. Ich werde gewinnen. Ähm... Und ich habe die Hände frei. Gut, ne? Guten Morgen Leute. Tag 5 hat heute angefangen. Ähm... Vorher werde ich jetzt noch den Vlog einmal schneiden. Ähm... Genau. Wir sehen uns dann später. Die Möwen hier sind übrigens riesig. Und irgendwie... Fliegen die auch nicht wirklich weg. Also wir fahren jetzt gerade zur Mall. Da ist nämlich so ein Handy Reparatur Service Ding. Ähm... Und da geben wir jetzt das Handy ab in der Hoffnung, dass wir es dann schnell wieder haben. So, wir sind jetzt hier an der Mall. Und hier einmal nochmal das kaputte Handy für euch als vorher. Und dann schauen wir mal wie es später aussieht. Also wir haben das Handy jetzt abgegeben. Es dauert jetzt ungefähr eine Stunde bis das fertig ist. Eigentlich echt schnell. Ähm... Genau, aber wir fahren jetzt erstmal zurück zum Hotel. Weil wir nämlich gleich dann zum Stadion fahren, wo das Testspiel stattfinden wird. So Leute, wir sind im Stadion angekommen. Hier seht ihr die Kabine. Da werden auch schon fleißig Fotos gemacht. Und jetzt gehen wir mal auf den Platz. Leute, ich stehe hier gerade. Und dann sehe ich einfach den Block. Heißt S04. Und das Spiel ist durch. Hat leider nicht so gut für uns geendet. War aber auch trotzdem cool, hier mal im Stadion zu sein. Ähm... Genau. Wir sind jetzt auch fertig mit dem ganzen Hochladen auf Instagram, Instagram, Instagram Story, WhatsApp und so weiter. Und jetzt fahren wir erstmal wieder Richtung Stadt. Weil wir nämlich jetzt das Handy abholen müssen. So, das Handy haben wir abgeholt. Das ist wieder alles repariert und funktioniert wieder. Und jetzt fahren wir alle zusammen mit dem Team Essen. Das zeige ich euch später mal. Und das Video ist übrigens auch drauf von dem Schuss. Ähm... Das habt ihr auch gestern schon in dem Vlog gesehen. Also, haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. So Leute, wir sind fertig. Haben alle schön gegessen. Ähm... Es war auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Und ja, jetzt fahren wir alle wieder zurück ins Hotel. Wir sind auch alle richtig, richtig müde. Und mir fallen die Augen gerade auch halb zu. Ähm... Deswegen gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Guten Morgen, Leute. Heute steht Tag 6. Ja, Tag 6 an. Ähm... Kurzes Update meiner Beule. Ähm... Man sieht sie noch ganz leicht hier. Aber es sind wir schon viel viel besser geworden. Hier ist die Einschlagsstelle von dem Handy. Ähm... Genau. Also, viel kühlen hat auf jeden Fall sehr gut geholfen. Ja. Wir waren jetzt auch alle schon frühstücken. Ready gemacht. Duschen. Und jetzt geht's zum Training. Die Jungs haben jetzt nämlich eine kurze Einheit. Weil gestern ja das das Spiel war. Ähm... Genau. Da nehme ich euch natürlich auch mit. So Leute, ich bin jetzt beim Training hinten. Seht ihr auch schon die Jungs am... Was ist das? Tennis. Fußball Tennis spielen. Ähm... Genau. Ist auf jeden Fall richtig schönes Wetter. Da sind auch wieder ganz ganz viele Fans. Ja. So Leute, wir haben jetzt unsere ganzen Videos geschnitten. Ähm... TikTok gemacht. Und so weiter. Und jetzt haben wir kurz Zeit und sind einmal zum Strand gelaufen. Und den zeige ich euch jetzt mal. So sieht das hier aus. Da oben, das ist unser Hotel. Und es ist wirklich wunderschön. Okay, wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Ähm... Die Anne schneidet gerade ein Reel und ich bin gerade dabei. Ich fange gerade an den Vlog für heute zu schneiden. Also der von gestern, der aber heute rauskommt. Ähm... Genau. So Leute, Folge 5 vom Vlog ist jetzt online. Wir haben heute hier viel, ähm, am Laptop gearbeitet. Wir haben ein bisschen ruhiger. Die Mannschaft hatte ja auch vor allem Regeneration heute. Ähm... Und genau, wir haben jetzt noch Essen gestellt. Das werde ich gleich erstmal abholen. Und danach werden wir wahrscheinlich wieder eine Runde Uno oder Skippo spielen. Und danach schlafen gehen. Bis morgen. Wir sind jetzt am Trainingsplatz angekommen. Heute ist ein bisschen bewölkt, aber trotzdem schön. Genau. Wir laufen auch schon die anderen. Und dann gucken wir mal, was die Jungs jetzt heute so machen. Und dann gehen wir mal runter zum Platz. Und dann gehen wir mal runter zum Platz. Da hinten ist unsere Mannschaft am Trainieren. Und hier sind die Torhüter. Hör an. Der Basti filmt BescherkTV mit. Und ich. Für WhatsApp, Instagram und den Vlog. Der Training ist vorbei. Die Jungs laufen jetzt alle zurück im Hotel. Hier steht auch schon der Brian. Und muss nur Fotos mit den Fans machen. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. 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 Also lass mal. Willst du kurz Hi sagen? Hallo liebe Musiker. Wir sind jetzt wieder im Spielerhotel angekommen. Und ich geht wieder in den Arbeitsraum. Wo wir dann ja ein paar Sachen abarbeiten werden. Jetzt bauen Basti und Kai hier gerade ein Set auf. Gleich wird nämlich ein Interview mit dem Trainer gemacht. Und zwar sein erstes auf Deutsch. Das Interview fängt jetzt an. Der Coach ist ready. Wir haben jetzt einmal die Zeit genutzt, um diesen Ausblick hier zu genießen. Und den wollte ich euch natürlich auch nicht vorher enthalten. Okay, Interviews vorbei. Kai, erzähl mal, wie war es? Ich war überrascht. Er hat wirklich schon mit ihm Deutsch gesprochen. Ich habe auch zum ersten Mal mit ihm Deutsch gesprochen. Daher ist es noch nicht perfekt. Aber definitiv besser, als mein Französisch würde ich sagen. Wir sind jetzt wieder zurück in unser Hotel gefahren. Ich habe hier auch gerade die Frage der Woche fertig geschnitten. Die lade ich dann auch gleich hoch. Und dann geht es später zur blau-weißen Nacht. So, wir sind angekommen. Schauen wir mal, was da so passiert. Hallo, Blume. Eure wievielte blau-weißen Nacht ist das eigentlich? Wie sind wir denn? Das sind wir 50. Boah, das ist viel. Da warst du so 20. Ja. Sehr stark. So, der Abend ist vorbei und die sind wieder gehen. Die blau-weißen Nacht ist jetzt vorbei. Die Spieler sind alle wieder auf ihre Zimmer gegangen und wahrscheinlich auch schon am Schlafen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Deswegen gute Nacht und wir sehen uns morgen. Guten Morgen, Leute. Tag 8 hat angefangen. Ich bin eben aufgestanden. Wir konnten heute ein bisschen länger schlafen, weil das Spiel ja erst um 12 Uhr ist. Und jetzt haben wir ungefähr halb 10. Ich gehe jetzt runter zum Frühstück und danach haben wir wieder unsere Besprechung. Ich habe jetzt meine Sachen gepackt. Handys sind alle aufgeladen. Und jetzt geht es ab zum Spielerhotel. Wir sind jetzt hier gerade am Supermarkt mit unseren beiden Fanbeauftragten. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Nitya. Hi. Und was haben wir jetzt vor? Wir gucken jetzt für das Spiel, dass wir noch ein paar Plastikbecher bekommen und ein bisschen die Tribüne wetterfest machen, damit die Fans sich da auch noch hinsetzen können zum Spiel. Ich bin jetzt am Platz angekommen. Da hinten kommen schon die Fahrhüter, um sich aufzuwärmen. So sieht das Ganze jetzt hier gerade aus. Hier sind die Tribünen für die Zuschauer. Hier sind die Ersatzspieler. Und da hinten rennt die Stardelf. Das Spiel hat gestartet und ich sitze jetzt hier wieder hinterm Tor. Aber diesmal von unserem Torwart, weil wir nämlich auch ein paar Paraden abfilmen möchten. Und ja, hoffen wir mal, heute geht das Ganze gut aus mit mir hinterm Tor. Das Spiel ist vorbei. Hat 1-1 geendet. Die Spieler laufen sich da hinten gerade noch aus. Genau. Und hier könnt ihr mal sehen, wie viele Fans da waren. Also es war schon ordentlich besucht. Vor allem dafür, dass es nicht so schönes Wetter war. Wir laufen hier gerade übrigens zum Essen. Ich bin hier mit dem Hendrik. Und ich glaube, du hast dich auch noch gar nicht vorgestellt. Guten Abend. Ich bin der Hendrik. Ich fülle unsere App und schalke-04.de. Hier täglich mein Leben aus Portugal. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe einen massiven Hunger. Da gibt es eine schöne Suppe mit Abragette-Bolognese. Und eine Creme-Filet werde ich mir heute. Das hört sich sehr gut an. Und Hendrik macht übrigens auch den Podcast von hier. Und morgen kommt die Folge mit Simon Terodde online. Genau. Wenn ihr diesen Vlog seht, wird die Folge wahrscheinlich schon live sein. Tag aus Portugal. Überall, wo es Podcasts gibt. Schaut gerne mal rein. Lasst gerne auch Bewertungen da. Ja. Und teilt die Folge natürlich fleißig. Das freut nicht nur uns. Das freut auch uns. Wir haben jetzt alle gegessen. War auf jeden Fall wieder sehr lecker. Ähm. Ja. Und jetzt heißt es. Guck mal. Wir haben jetzt. 10 vor 10 schon wieder. Irgendwie verfliegt die Zeit hier abends so schnell. Oh mein Gott. Hier ist es so dunkel. Warte. Ich geh da hier hin. Ähm. Ja. Aber. Ich muss jetzt auf jeden Fall. Mein Koffer packen. Weil wir morgen früh schon ziemlich früh dann ins Spielhotel fahren. Ähm. Und ich hab gar keinen Bock den Koffer zu packen. Aber. Muss halt sein. Ne. Bevor ich aber zu meinem Koffer gehe. Gucken wir mal. Bei der Anne. Da ist auch grad wunderschöne Beleuchtung hier. Egal. Gucken wir mal bei der Anne. Wie weit die ist. Ich glaube die hat auch nicht so viel Bock da drauf. Hallo Anne. Hallo. Na. Bist du motiviert? Bist du motiviert? Habe ich ja gesagt. Ich auch nicht. Tja. Aber wir müssen gehen. Annes Koffer ist fast gepackt. Ich war jetzt gerade noch bei ihr. Wir haben es zusammen gemacht. Und die klopfen zu mir. Und dann machen wir meinen zusammen. Ich mach mich jetzt schon mal an meinen Koffer hier ran. Weil. Das muss jetzt sein. Ich bin aber auch jemand. Ich mag es nicht meine Klamotten. Um so Schränke zu machen. In dem Hotelzimmer. Deswegen lebe ich dann immer auf dem Koffer. Und dann. Ja. Sieht der am Ende nicht mehr so ganz ordentlich aus. Deswegen muss ich eigentlich nur einfach alles nochmal neu und schön einräumen. Ich glaube. Das wird gar nicht so lange dauern. Schauen wir mal. Was wird. So. Mein Koffer ist jetzt zu 80 Prozent ungefähr fertig gepackt. Den Rest werde ich morgen früh machen. Ja. Morgen ist Abreisetag. Das heißt wir werden schön oben. Ich glaube. Viertel vor 10 oder so. Wollen wir rüber zum Spielerhotel. Ähm. Aber schon mit unseren ganzen Sachen. Weil dann werden wir da die. Ähm. Letzte Trainingseinheit aufnehmen. Und fahren da dann direkt weiter zum Flughafen. Und. Genau. Ja. Also ich muss sagen. Insgesamt. Die. Mit morgen. Neun Tage. Sind echt. Superschnell rumgegangen. Gut. Die ersten drei Tage. Wir haben sich ein bisschen gezogen. Aber danach. Wenn ich jetzt so drauf zurück. Gucke. Ging es echt super super schnell rum. Ähm. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich konnte super viele Eindrücke sammeln. Und auch Neues dazu lernen. Weil ähm. Ja so ein Trainingslager. Ist wirklich viel stressiger. Als ich dachte. Ähm. Ja. War auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung. Und. Ich bin sehr dankbar. Dass ich ein Teil davon sein durfte. Aber ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Ich bin sehr müde. Und ähm. Muss morgen natürlich auch wieder fit sein. Ja. Gute Nacht. Guten Morgen ihr Lieben. Ähm. Ich habe alle meine Sachen gepackt. Bin ready to go. Jetzt stehe ich noch kurz auf dem Balkon. Und genieße diese wunderschöne Aussicht. Ähm. Das werde ich auf jeden Fall vermissen. Morgens. Zu dieser Aufsicht. Aussicht aufzustehen. Ähm. Das Meeresrauscheln zu hören. Ja. Gehen wir mal runter. Und treffen die anderen. Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Ähm. Und die Mannschaft macht gerade auch noch ein Gruppenfoto. Und danach gehen wir zum Strand. weiter weiter. Ja. kommentiert. Die Jungs sind gerade von ihrer Laufeinheit zurückgekommen und danach wieder ins Meer. Wir gehen gerade zurück zum Hotel und hier ist auch der Ralle. Wie war es eigentlich? Wir haben es geschafft, fix und fertig am Strand, aber unter den Bedingungen trainiert man gern. Aber trotzdem sind wir alle froh, wenn es jetzt verregnet in Deutschland wieder geht. Und das Meer hat auch gut getan, oder? Das Meer tat richtig gut. Gelungene Abkühlung, schon mal anstrengend im Training. Aber wir sind trotzdem froh, dass es nach Hause geht. Hey Leute, wir sind jetzt schon auf dem Weg zum Flughafen. Jetzt müssen wir vorher noch einmal das Auto volltanken, dann abgeben und dann werden wir noch zum Check-In gehen. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Hier hinter haben wir schon unser ganzes Gepäck auf so einem Trolley. Genau, und jetzt gehen wir mal rein. Wir haben jetzt eingecheckt und jetzt laufen wir gerade zum Security-Check. Ja, seid ihr auch so? Ich versuche dann immer alles vorher auszutrinken und stopfe so zwei Liter Wasser in mich rein, nur damit ich es nicht wegschmeißen muss. Wir sind jetzt hier an unserem Gate angekommen. Das sieht so aus ziemlich klein. Die Lisa ist auch schon hier bei mir. Genau, ich werde jetzt mal die ganzen Materialien durchgehen, die wir vom Strand aufgenommen haben bei der letzten Trainingseinheit. Und dann auf WhatsApp und Praktik-Channel posten. Wir sitzen jetzt im Flieger und gleich geht es dann hoffentlich los. So Leute, wir sind gelandet. Das heißt, wir haben auch schon unsere Koffer. Das ging alles echt recht schnell. Genau, jetzt warten wir hier noch kurz auf die anderen und dann fahren wir das Sturm Gelsenkirchen. Also, wir sind hier auch schon mal.